ja das wird schon einfach nicht panisch im kreis rennen aber ich konnte nichts mehr machen in zwei sekunden ja gibt mir diese pilze kurz wir teilen uns das jetzt auf du bringst das zeug hin und ich schnippel außer wir brauchen ganz viel geschnippel weil ich kann von hier unten mir das zeug selber holen nein das wollte ich nicht so jetzt hängt es an euch blöde zwiebel gebt mir diese tomate verdammt wir brauchen noch was wir ihnen mal zur hand ach das schon und mir zur foto dass wir in folgen tomaten noch mehr maten habe ich nicht getroffen wir haben was fertig an der liebe den pilz will ich haben wird da außen wieder ihr kriegt pilze oder auch nicht einen tomatenflug noch ja bin dabei hier sonst nicht einer für euch mehr pilze oder pizzer dankeschön pizzer ab der pilz lopper die pilze verarbeiten sich gleich zur pizza auch wieder so eine schöne pizza mit pilzen eine pizza mit pilzen auf pilzen die auf pilzen liegen inklusive pilzsoße ihr braucht doch einen teller oder wir brauchen einmal den pilz wir brauchen einen pilz auf jeden fall das ist kein pilz ach komm tu mich auch ihr braucht doch aber auch die tomaten ich krieg die tomate nicht hoch das ist mein problem gib das scheiße das nette ding hier fitnessstudio wenn es schon heran hängt abrücken holt doch mal einen die pilze ihr könnt mich doch das ey diese scheiße liebe Freunde ach denkt doch mal einer an die pilze der soll den Topf weg haben nehmt das weg von mir hilfe wir machen nur tomaten ich brauch tomaten leute du willst tomaten ich dachte du brauchst pilze bis zum umkippen nein ich will jetzt tomaten erstmal aber zwiebeln und die zwiebelsuppe ja an den zwiebeln bin ich ruhig die zwiebelsuppe läuft aber bald ab ja ich bin doch dran ja du bist aber im machen keine panik ich bin schon dabei ach die zwiebelsuppe gut das ist die tomatensuppe so du machst pilze jam 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 die zwiebel hab ich noch geschafft ha gebt mir diese zwiebel Oder gebt ihr den Tod? Nee. Ich gehe jetzt hier. Einmal eine Pilzpizze noch. Ein Pilz noch? Ja. Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. Bist du dir da sicher? Ja, Suppe. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Sehr gut, weitermachen. Und Zwiebeln. Ich bin dünn. Warum bist du auch durchgegangen? Stau. Zwiebeln. Zwiebeln. Ich brauche keine Pilze. Pilze sind falsch. Tomaten, Vorsicht, Suppe. Ich mache. Bringst du doch einen Teller, Ray? Auch einen. Und gib mal den einen Teller bitte ab. Du hast Tellerdienst. Wie das? Vor allem jetzt schaffst du, sagen wir es so. Nur 304, das reicht. Meinst du, das schaffst? Overcooked, doi wie gai, heil Sellerie. Ja. Hallo Sellerie. Panisch im Ruhrzeigersinn laufen. Mit einem großen Fan vom zweiten Teil. Der kommt dann als nächstes. Das Essen zum Überleben ist Teil dieser Erlebniskastronomie. Ja, das ist richtig. Hi, Lumi. Hallo, Lumi. So, wir fahren weiter. Dann fahren wir eben nicht. Wo wollt ihr hin? Ach, Rutz, was tust du? Ich tue nichts mehr. Das ist so schwierig. So, Leute. Ihr seht es hier. Beweis im Video. Ich bin es nicht. Ich war es auch nicht. Ich aber auch nicht. Ich habe es so wie an deinem Geburtstag. Visa gewesen. Okay, so einfach macht man einen Burger. Rindfleisch, zermatschen, braten, Patty, fertig. Ja, das ist auch, in den meisten Burger-Restaurants ist genau das, was passiert. Ich glaube, das Patty ist nicht echt. Da ist bestimmt noch Holzleim drin. So. Gut. So, ich mache Teller. Ray, willst du die Pfannen, oder? Was ist das Ungefährlichere von allem? Tellerspülen. Der erste ist ein... Da muss alles drauf. Da muss alles drauf. Alles? Okay. Warte, nee, nicht in die Pfanne. Nicht in die Pfanne, aufs Brot. Warte, denn jetzt. Erst wenn die Pfanne fertig ist, dann aufs Brot. Ich dachte, den Salat schmeißt man auch in die Pfanne. Ich kümmer mich um die Teller, du kümmerst dich ums Fleisch. Du musst einfach bloß... Das geht nicht. Das ist noch nicht zermatscht. Das hat irgendjemand gebracht und nicht gematscht. Ah. Entschuldigung. Ja, das ist Wieser. Wieser. Oh, kann man das zermatschen? Ja, ganz normal. Auch mit dem Hammer drauf. So wie du alles zermatscht. Ich kümmer mich um Gemüse. Du musst nur auf Gleichsch machen, Ray. Aber dann stehe ich doof rum. Nee, das ist noch nicht fertig. Ich werde dauernd von allen Leuten... Auf den Keks... Ach, ihr könnt mich mal... Das ist noch nicht fertig. Das eine ist fertig. Ja, ich komme nicht an die Pfanne ran, wenn ihr mich wegschiebt. Jetzt ist es fertig. Jetzt ist es fertig. Wieser, legt das Zeug auf die Teller. Geh weg. Komm nicht hin. Ihr macht das. Ich glaube an die Pfanne. Ach. Ich kümmere mich nur um Fleisch. So Leute, die Bestellungen laufen alle ab. Kannst du vergessen. Ich werde konsequent von A nach B geschoben. Ich komme nicht an das Fleisch heran. Und das Zeug lässt du mir. Aber ich wollte doch das Fleisch... Hier, Tellerspüler. Wer auch immer das ist. Ich mach's. Moment. Das kann ich. Ja, das kann er. Ich brauch Brote. Brote kriegst du. Warte mal, das war's falsch. Da. Ja, ist okay. Mit Pfanne, ne? Mit Pfanne ist auch in Ordnung. Ich hab keine Ahnung, wie es rauskommt. Wieser, geh Tellerspülen. Ich bring dir auch die Teller, die Neuen. Du stehst aber permanent hier irgendwie im Weg. Sag mir, was ihr braucht. Ich hab alles hier. Ich brauch grad gebratenes... Achso, gebratenes Fleisch hast du mir schon gegeben. Ja, ich weiß nicht, wie du aus der Pfanne nehmst. Und drum hab ich die Pfanne einfach... Du musst einfach auf den Teller drücken. Dann geht das. Ah. Das ist gebraten. Einmal wieder auf den Teller. So. Pfanne kriegst du wieder. Du musst mir sagen, was ihr braucht. Äh, Brot. Immer noch Brot. Jeder Burger hat ein Brot. Eins. Ah, Wieser, jetzt geh durch. Wenn du mich nicht rauslässt. Ich wollte durch. Weil ich den Burger fertig machen musste. Ich hab kein Fleisch. Ich hab kein Fleisch mehr. Äh, ich brauch... Kann mir einer eine Tomate bis hier rüber bringen? Ja. Hier sind doch schon fertige drei, Wieser. Ich hab doch immer alles vorbereitet. Ey, warte mal. So, nur noch ein gebratenes Patty fehlt da. Okay. Und ein Teller. Da unten ist noch einer. Ich dachte nur ein Pit. Ach, vergesse es. Ami, durch. So. Hier kommt Brot. Äh, habt ihr noch einen Salat? Ja. Dann hol ich mir den gerade mal. Okay, oder so. Hier ist die Patty-Abteilung. Also, Patty, jetzt haben wir derzeit genug. Ich... Ich brauch Brot. Ich mach immer von allem drei. Du hast da Brot liegen. Nimm's dir doch. Habt ihr Salat? Ja. Wo ist der? Ich würde ja gern hin. Bei mir, weil ich nicht hinkomm. Mama Mia. Leute, das müssen wir nochmal anders machen. Das ist ja ein totaler Chaos-Haufen. Ja. Mann, Mann, Mann. Also, das waren nur zwei Sterne. Dass wir immerhin zwei Sterne bekommen haben, wundert mich. Und dass wir keine Bestellung verpasst haben. Ja. Auf ein neues. Ja. Ich schneide alles. Gut. Visa, du bist für Hin- und Herlaufen zuständig. Du bist fürs Liefern. Du? Wollt ihr einen kleinen Tipp? Nee, wir machen das so. Also, Du-Tarten liefern. Und Teller. Also, Teller spülen. Ich bin nur zum Schnibbeln da. Und die anderen zwei koordinieren sich selbst. Du packst mir das Zeug auf einen weißen Teller, immer wenn's durchgebraten ist. Und ich stell die Burger zusammen. Du kannst schon mal die ganzen Burger, die Brötchen hinstellen. Ja. Ich mach drei Brötchen immer hinstellen. Okay, wir müssen uns für eine Seite entscheiden, wo die Brötchen sollen. Wenn du die auf die eine Seite... Ich komm. Weil ich würde nämlich da drüben das Fleisch hinpacken, weil das ist Rays Seite. Okay. Dann mach ich sie unten hinstellen. Ja, bitte. Ich brauch Salat und Tomate, bitte. Geh weg. Äh. Geh. Also, du lieferst. Okay, dann, dann... Hast du doch eben gesagt, dass ich lieferde. Salat. Danke sehr. Und Tomate, bitte. Kommt. Tomate. Ich helf dir mal kurz, ob was anbrennt. Mhm. Tomate. Danke sehr. Tomate. Da brennt was an, Leute. Oder... Das muss so. Okay. Aber die haben das doch extra, äh... Das ist für das rauchige Aroma. Wie heißt das? Rare bestellt. Ja. Und wenn Leute bei uns Rare bestellen, dann bitten wir sie freundlich zu gehen. Aber das... Der Burger muss noch Muu machen. Nein, muss er nicht. Das ist ein Muu Burger. Moment, ich mach gerade... Kann man? Ja, das ist ein Thema. Ich liefere das Fleisch so. Äh? Ja, wir brauchen auch gerade nur Fleisch und Burger. Burger Patties musst du liefern, äh, Bisa. Warte mal. Ja. Bisa, du kannst immer auf dem Teller gleich ein Burger Patty draufbauen. Wenn ich Teller habe, tue ich es auch auf dem Teller, aber... Stimmt, das ist eine saugute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, das ist noch nicht 100% durch. Upsi. Stammproblem. Es macht noch ein bisschen Muu. Nein, gar nicht wahr. Es macht Muu. Es macht Muu. Willenburger. Sowas würde ich niemals tun. Uuuu. Oh, das ist nicht durch. Pack du das andere drauf. Sag nochmal. Ich bin jedes Mal zu flink. Bisa? Gibt ihr das? Ja? Meine Tomaten. Okay, ich räume sie selbst weg. Ich bin gerade wirklich mit den Tellern sehr gut... Äh, mit den Tellern und den Patties gut ausgelastet. Okay. Ich würde mich ja da durchquetschen, aber dann gibt es Stauch. Ja. Wenn gar keiner mehr durchkommt, kommen wir noch weniger voran. Das war das Walsch, das wollte ich nicht. War das Fleisch. Bringt mir mal Salat. Äh, habe ich gerade keinen weiter. Moment. Oder so. Wir brauchen auch Nachschub an Fleisch. Ich arbeite dran. Wo der Nachschub fällt. Da arbeite ich dran. Auf den Teller muss nur noch ein Fleisch drauf. Dann kannst du raus. Ich baue noch einen Teller mit Brot, bitte. Soll ich auch. Wollte ich nicht. Also bitte. Aber warum wollen sie das nicht? Ich wollte mich nicht bei dir einmischen. Leute, wir haben kein Brot. Ich wollte es gerade holen. Das ist ein brotloses Geschäft hier. Aber wir haben es geschafft. Alles gut. Ich habe das Spiel mit vier verschiedenen Freundesgruppen gespielt. Und allen meine Taktik gegeben. Lief super. Die meisten Leute sind nur ein bisschen chaotisch. Ja, wir sind ein bisschen. Merkt man nicht. Ganz, 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 ganz kleines bisschen chaotisch. War mit noch nicht gegenseitig. Drückt mal eine A. Danke. Da nicht A. Der ist jetzt mir. Ja, wir sind hier fertig. Wir müssen hier nicht mehr. Mal wieder zurück. Der, der sich abgewählt hat, einmal bitte wieder A drücken. Entschuldigung. So, ich lenke jetzt nicht mehr. Ich sehe es nicht ein. Nein, ich... Ich habe gelenkt. Zum Ziel. Kurz, willst du wieder deinen Waschbär im Rollstuhl? Genau, ich nehme wieder den Waschbär im Rollstuhl. Ist das nicht so eine Sackhache? Oh Gott. Pilze. Dabei. Ich bin dafür, wir machen eine Richtung fest, in die wir laufen. Ja, aber gegen den Uhrzeiger sind wir vielleicht ein bisschen. besser. Gut, ich kümmere mich hier unten ums Kochen. Ihr liefert mir bloß das Zeug. Ich bin der Schnipselmeister. Legt es einfach irgendwo hin. Hauptsache, ihr legt es hin. Visa. Hier ist kein Durchkommen. Nee, Ray ist kein Durchkommen. Aber ich war beim Schneiden und ich wurde weggedrückt. Okay, wir müssen im Kreis laufen, Leute. Gegen den Uhrzeigersinn, bitte. Gegen den Uhrzeigersinn. Dann weiter, 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 weiter. Damit die Zwiebeln da reinkommen. Ray, da lang. Ich denke, der muss Zwiebeln machen. So. Wir stehen einfach hier. Mir geht es gut. Einmal gegen den Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn. Wir brauchen Zwiebeln. Tomaten. Und Zwiebeln. Hier geht es erstmal nicht weiter. Alles gut. Ja. Äh, weil das Ding nicht auf dem Kochding stand, weil es angebrannt war. Wir brauchen Pilze, Leute. In dem einen Topf ist ja ein Pilz drin. Bring Pilze. Oh. Ich laufe wieder außen rum. Zwiebeln hier rechts rein. Nicht da rein. Oh Gott. Ich wollte es da nicht rein tun. Ich wurde schon... Ich würde das weg. Ihr könntet es. Ich würde das. stellen, sonst funktioniert das nicht. Wenn jemand in der Ecke steht... Ich komm doch hier nicht mal von A nach B. Zwiebeln, 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 Zwiebeln. Ich hab die Zwiebeln. Lächse einfach hin. Ich bring den Topf. Lass den Topf da. Wir haben keinen Bock. Pilze. Lächse wieder in die falsche Richtung. Ey, Zwiebeln, diese Tomaten. Ich will hier weg. So. Ich krieg's nicht. Lass da draufzunehmen. Oh. Macht das Spaß, ey. Oh Gott. Ich will einen Pilz haben. Ah, nimm. Ja. Nimm ihn doch. Wie denn? Du standst im Weg. Wir brauchen Arbeitsbereiche. Wir müssen das in Ecken einteilen, sonst bringt das nix. Und wir müssen uns gegenseitig die Sachen geben. Nimm den Pilz. Ja. Nimm den Pilz. Einer ist links... Nimm den Pilz. Einer ist jetzt links oben, einer ist rechts oben, einer ist links unten und einer ist rechts unten. Ich bin rechts unten. Ja, aber ich bin links unten. Wo bin ich dann? Wo anders. Dann bin ich rechts oben und du sammelst Sachen. Und bringst die runter. Ray schneidet. Okay, Ray muss den jetzt selbst schneiden. Ich krieg's da schon mal zwei Tomaten. Lisa, du sagst, was du brauchst. Ich brauche noch eine... Und du kriegst Teller angeliefert und abgeliefert. Wir brauchen Pilz... Äh, Dings da, Zwiebeln. Nein! Ach, fuck. Er läuft. Stell hin, geh einfach. Was wollt ihr denn machen? Zwiebeln! Ja, komm. Zwiebeln, Tomaten, alles Mögliche. Zwiebeln. Habt ihr das Gefühl, das machen wir nochmal? Ja. Wie kommst du darauf? Zwiebeln, du bist fertig. Du willst dir etwas seltsam an, dass niemand da ist, der versucht, dass ihr nicht in die Level kommt. Das haben wir schon genug. Und keiner will es zugeben. Ja. Das machen wir nochmal. Aber wir haben schon mal einen Stern. Ja! Ich bin mir unsicher. Doch. 90 Punkte ist ein Stern. Okay, nochmal, Leute. Okay. Wir starten. 60 Punkte. Nein, ich bin Lieferant. Nein. Ist unliefern. Nein, Ray will schneiden. Gut. Lisa, du kochst, ich kümmere mich um die Teller. Hey, der Blufisch. Grüß dich. Gut. Wir haben es geklärt. Jeder auf seine Position und go. Lass uns weg von links unten, sonst gibt es keine Hände mehr. Rechts unten. Ich brauche Pilze. Ich will. Gott, das will. Schlägt. Ich komme nicht an den Pilz ran. Hutz. Was habt ihr gemacht? Hutz hat sich vorbeigequetscht. Ja, weil Ray nicht an den Pilze geht. Ich lege dir die aufs Schneidebrett. Ich arbeite doch schon. So, Tomaten. Tomaten. Lisa, pack auf den Teller. So, stell hin. Ich kümmere mich drum. Mach mal die Pilze woanders hin. Nein, aber mach erst mal schnippeln. Ja. Danke. Nein, gib mir diese Tomate. Zwiebeln und Tomaten. Und Zwiebeln. Zwiebeln, Tomaten und Zwiebeln. Zwiebeln. Alter kurz, ich lege dir die Flügel hin. Ich lege dir das nur hin, aber ich habe keinen Platz sonst mehr hier. Du bist so langsam. Es leckt bei mir massiv. Ich komme nicht wirklich irgendwo hin. Tomaten. Dann stehst du plötzlich wieder voll im Weg. Ja. Tut mir leid, das ist dann leider so. Lege hin, genau. Da hast du Zwiebeln. Alles okay. Du kannst doch einfach die nehmen, die ich dir da hingelegt habe. Die kannst du ausschneiden. Ich fühle mich überflüssig. Eine Tomate bitte noch. Arbeite dran. Lisa, ich musste dir kurz mal deinen Job klauen. Alles gut. Völlig in Ordnung. Pilze. Zwiebeln. Nein. Wie genau? Immer in die Ecke. Genau. Klopft euch drum. Niemals. Wer als letzter noch steht, der darf die Richtung haben. Nee. Wie sah deine Tomatenbrennen an? Ja. Ja. Genau. Hol die. Was brauchen wir noch? Zwiebeln. Hast du? Ja. Während du noch auf... Pilz. Ein beschnitten Pilz, bitte. Tomatensuppe ist fertig. Dankeschön. Ich will ja nicht sagen, dass es immer noch nicht läuft, aber es läuft noch nicht. Nee. Das läuft ein bisschen. Ich habe mich gerade erschrocken, weil sich mein... Lockscreen... Entsperrt... Äh... Bezeigt hatte. Der Nox-Screen? Lockscreen. Vom Handy. Tomat. Pilze. Das gibt's nicht. Ich traue wirklich nicht von Anaphene. Pilze. Es klappt nicht. Ich schaffe es nicht, die Pilze aufzuheben. Zwiebeln. Der Zwiebeln haben wir noch. Äh, alles gut, Maus. Alles gut, ich hatte sie schon. Entschuldigung. Wie geht's? Servus, Spirit. Grüß dich. Oh Gott. Das war's noch nicht. Das war... Nix. Wir sollten die Jobs tauschen. Irgendjemand, der wenig leckert, geht zum Schnippeln. Ja, ich geh mal zum Schnippeln runter. Gut, dann geht Hut zum Schnippeln. Dann tauschen wir beide einfach Hut. Genau, wir tauschen mal. Gut. So, auf ein neues. Die Weller-Vorsorge-Sage stimmt immer noch. So, ich nehme mal einen Pilz schon mal mit. Schnipp, 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 schnipp. Genau. Genau. Legst du mir dann da auf die Zwischenablage hin. Zwiebeln danach? Jo. Tomaten. Genau. Die Weller-Suppe ist fertig. Jo. ein visa wollte mir wollte schon wieder zu mir kommen ja ich habe mich zurück und man dann er sieht er systematisch aus ich bin einfach nur der spüler ja ist nichts anderes als das was ich mache wir sind halt die gehilfen ich bin auch keiner der kocht dieser ist ja der chefkoch dieser tut kochen ich du auch noch schnell danach wieder wieso du kümmerst dich mal rum hatte gerade leider einen leck alles gut ich hab's gemerkt du wolltest mit mir kuscheln ja spontan ist das eine mischung aus knutschen und kuscheln knuscheln ja multifunktion das klingt wie kuscheln willst du bist fertig danach zwiebeln man bedenkt dass wir beim ersten mal knapp über 90 gekommen sind eben wenn ich darüber und eben und jetzt schon mehr haben als eine mit den pilzen ja einen pilz zwei pilze brauchen wir noch es ist gerade keine pilzsuppe bestellt egal aber auch ein zwiebel brauchen wir bitte und tomaten wird gemacht okay man kann es umfüllen wieso deine zwiebeln brennen an gab es doch schon da ist immer noch tomaten und noch eine tomate wieso stellen wir mal den anderen oder wer bleibt meine ecke zwei tomaten zwiebeln der eine kriegt jetzt halt die alte pilzsuppe die wir versehentlich gemacht haben ist doch gut dann wird die schon nicht weggeschmissen genau zwiebeln zwiebeln 310 das sieht doch gut aus kann man sich alles wünschen kann man sich alles wünschen wie alles wünschen wahrscheinlich dann wünscht ihr was ja normalerweise ist bei wünscht ihr was ist es ich singe einen song an so jetzt will ich nicht so jetzt kann der mich mal aber ich war doch schon da ich weiß du mich auch wirklich ich kann doch dafür ja nichts flossen weg von meinem kitty sonst gibt es Probleme so Leute wie hat euch der part gefallen leider ist es mal wieder zu ende aber ich hoffe ihr hattet euren spaß und das muntere chaos kochen geht im nächsten video weiter daumen nach oben nicht vergessen falls es euch gefallen hat und gerne schreiben was ihr davon haltet also bis zum nächsten mal euer wolf so jetzt